Borussia Dortmund steckt in einem Formtief. In den vergangenen fünf Spielen blieben die schwarz-gelben Sieg los, und jetzt kommt ausgerechnet Bayer Leverkusen mit Ex-Kutsch Peter Boos. Meist gelesener Artikel hinzu kommt die Ungewissheit um Marco Reus. Wann der Kapitän zur Mannschaft zurückkehrt, ist vollkommen ungewiss. Sein Fehlen zieht sich durch den jüngsten Misserfolg wie ein roter Faden. Vor der Partie gegen Leverkusen spricht Favreau über den Gegner, seine Pläne gegen den Negativ-Trend, und über den Stand bei den Verletzten. Sport1 berichtet ab 13 Uhr live von der Dortmunder Pressekonferenz.Anzeige plus Favreau über das Duell mit Leverkusen plus wir sind immer optimistisch, dass wir gewinnen. Aber Leverkusen macht das zurzeit gut, sie haben Bayern geschlagen. Aber jede Mannschaft hat seine Qualität und seine Fehler. Plus Zock über das Wiedersehen mit Peter Boos plus ich freue mich auf das Spiel mit Peter. Ich habe ihm Glück wünscht, dass er wieder in der Bundesliga tätig ist. Wir sind nicht im Bösen auseinander, die Ergebnisse haben bei uns am Ende in der Summe nicht gestimmt. Peter ist ja auch ein hervorragender Typ. Ab Montag wünsche ich ihm wieder alles Gute. Plus Favreau über Leverkusen plus Bayer Leverkusen spielen 4-3-3 und einen sehr attraktiven Fußball. Plus Zock und Favreau über die Stimmung in der Mannschaft plus die Stimmung in der Mannschaft ist unverändert. Wir haben im Training viel Spaß, sagt Favre. Wir sind immer noch Erste in der Liga. Wir haben genug Grund selbstbewusst in die Partie zu gehen. So Zock. Plus Favreau über Reus und Piskczek plus Lukas Piszczek und Marco Reus werden beide nicht spielen können. Marius Wolf und Thomas Delaney haben individuell trainiert. Plus los geht's plus Lucio Favreau und Michael Zock betreten den Saal. Es geht los. Plus Favre spricht über Leverkusen plus Ab 13 Uhr wird BVB-Coach Lucio Favreau vor der Presse erwartet. Sport1 berichtet live Sport1et Sport1-KVB-Coach Lucio Favreau Amb 13 Uhr ist eine der Presse der Presse erwartet. Sozial weiter auf dem Menschen herunteronym zwei % Sport21 Sport2-KVB-Coach Lucio-Favreau